Hallo liebe Freunde von Hör mal zu! Mit großen Schritten sind wir jetzt in nur 14 Tagen um 900 Abonnenten gewachsen, sodass wir jetzt schon 40.000 sind. Das ist für uns natürlich ein Grund, um uns irgendwie ins Meer der Gefühle zu stürzen und wir belohnen eure Treue einfach mit sehr vielen tollen Retro-Hörspielen, die wir euch in den nächsten Tagen kredenzen. Natürlich werbefrei, wir trotzen nach wie vor den Verlockungen von YouTube, die immer wieder sagen, monetarisiert doch, macht Werbung, verdient Geld damit. Nein, wir lieben es, euch glücklich zu machen und wir sind glücklich, wenn ihr uns ein tolles Like oder ein schönes Kommentar mal schenkt. Dann sind wir so richtig glücklich und ich hoffe, das wird auch weiterhin der Fall sein bis dahin. Ja, ihr seht, ich habe schon Sokrates hier dabei, der will mal baden. Eine tolle Zeit und passt auf euch auf und geht mal wieder schwimmen. Es tut ja so gut. Tschüss!